Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft da bei dem Bauerausik? Ich bin da auf dem Gelände der Trocknungsanlage Ersingen. Hier wird Gras, Mais, ganze Pflanze und Kolbenschrott getrocknet über den Herbst. Hier ist der Brenner. Hier läuft die Trocknungsploppel. Hier läuft das Gras durch und kommt am trockenen Geräte draus. Graswürfel, Insekten abgefüllt. Nee, Graswürfel. Hier ist die Presse, die Würfel lang. Einmal von Graswürfel. ich weiß es ist nicht genau was da drin ist, in Bigberg abgebüllt, ist der relativ einfacher als in 50 Kilo Papiersack.